Grüezi und herzlich willkommen bei schweizervideo.ch Heute möchte ich Ihnen gerne den Steadicam Solo präsentieren. Der Steadicam Solo ist ein handgeführtes Stabilisierungssystem, wo man einerseits handgeführt mit Westen und Arm haben kann oder handgeführt ohne Westen, direkt für kleinere Kameras, wenn es nicht so schwer ist. Und dann auf der anderen Seite hier, dass man dann als Monopod ganz ausfahren und so stabile Filme aus der Hand drehen. Von der Grösse, das zeige ich gerade schnell, sieht der Steadicam Solo so aus. Man hat einfache Einstellmöglichkeiten, mit der Schraube oben dran, um die Kamera schön auszudarieren können. Und unten dran, um die Länge einstellen, die es dann braucht, je nach Kameragewicht und Zentrifugalkraft. Die Ausleger, die wir hier haben, kann man ganz einfach raufklappen, wenn man den Steadicam Solo als Monopod verwenden möchte. Zum Steadicam Solo gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze, wie wir da hinten schon gesehen haben, mit einem Federarm zu benutzen, damit man wirklich längere Drehen vollziehen kann. Und dazu braucht es natürlich auch entsprechend eine Weste. Den Steadicam Solo, komplett mit den Westen, haben wir jetzt neu auch im Verleih. Den kann man mieten und wir haben ihn auch ab Lager verfügbar. Neben dem Steadicam Solo hat auch Glycam ein neues Produkt herausgebracht. Glycam, den wir in diesem Bereich schon lange kennen, mit den HD2000 und HD4000. Und jetzt haben sie einen neuen herausgebracht mit dem Davin Graham Signature. Davin Graham Signature, der Unterschied zum HD2000 oder HD4000 ist, dass oben die Platte viel einfacher eingestellt werden kann. Und zusätzlich kann man auch noch die Länge, besser gesagt den Center, den Center verstellen für bessere Ausbanancierung. Die beiden Systeme gehen beide bis 5 Kilo. Der Solo wie auch der Davin Graham System von der Glycam. Beide sind bei uns verfügbar. Wie gesagt, das Solo System mit der Westen und dem Federarm ist bei uns im Verleih. Lukas Kaufmann gibt auch gerne Bescheid darüber. Über Funktionsweise von dem ganzen System. Es ist relativ einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Thinking of God! auf die sind